Hier ist wieder Tom von Gasoline. Heute testen wir mal den ThisWorks Staubsauger für das Auto. Der soll ganz gut sein. Manelig mitgeliefert in so einem schönen Kartönchen. Ja, da wollen wir mal gucken, was das Ding kann. Oh, überraschend gut. Ja, das läuft doch. Vielleicht nehme ich mal eben hier die Bürste von ab. Ja Leute, die kann man kaufen. Automobiking nicht zurückschicken. Geht schnell, locker flockig und schön über den Zigarettenanzünder. Ja, jawohl, alles schön gemanagt. Jawohl, und auch schön eben die Ritzen hier. Ja, man sieht nichts. Da gibt's lieber was. Also Leute, den kann man kaufen. Der ist wirklich gut. Geht schnell, gute Saugleistung. Läuft. Ja Leute, dann würde ich mir mal sagen, ab in den Warenkorb und ja, kaufen. So, ich saug jetzt mal das ganze Auto aus. Das muss ich euch jetzt nicht alles zeigen, aber wie gesagt, das sind schöne viele Teile wie hier dabei. Ihr seht, das Ding ist voll. Vielleicht mal eben sauber machen. Ja. Und dann ist noch schöne Sachen sind da mit dabei. Schleuslein und alles, was wir ihm zeigen hier. Gibt da noch einen schönen Schlauch dabei. Und natürlich noch einen Ersatzfilter. Oder natürlich, la la la, la la, die schöne Bürste zum sauber machen. Alles klar. Viel Spaß damit, kann ich nur empfehlen. Und dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie sehen? Es war nur hier. Es war alles hier. 5 Minuten. Kannst du es glauben? Es ist fantastisch. Ich bin in Liebe. Wirklich. Ich bin nicht sicher. Ja! Was für den Trunk? Okay, wir machen es. Kannst du es? Easy. Well, look what we've got. Look. You see? Yes. So. 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 So.